ja wir sind voll im geschenke modus jetzt schon die woche und ich glaube die woche davor haben wir angefangen die nachfrage ist natürlich riesengroß weil alle noch geschenke brauchen es ist jetzt november die zeit gerast in großen schritten hier weihnachten entgegen und wenn sie noch ein paar geschenke ideen brauchen dann laden wir sie ein die nächsten 20 minuten mit uns zu verbringen wir haben hier geschenk ideen für männer die sind natürlich auch für jedermann sonst wir haben ganz ganz tolle produkte und rufen unseren weihnachtsengel rein diana mit dem ersten geschenk da haben wir was ganz besonderes was ich überwiegend zugegebenermaßen im fitnessstudio gesehen ich könnte mir aber vorstellen dass das bei ihnen zu hause oder vielleicht auch mal an einer anderen stellen interessanter artikel ist wir reden hier von einem sogenannten on-ear headset im vergleich zu einem sogenannten in-ear headset also die kleinen steckerchen die man sich so ins ohr reindrückt ist das natürlich ein ganz anderer tragekomfort und ich komme noch aus einer zeit wo es diese kopfhörer diese stecker für die ohren so in dieser form gar nicht gab und ich weiß dass ich diese kopfhörer die man jetzt über den ohren trägt immer als sehr sehr angenehm empfunden habe das hier ist für mich persönlich einer der momentan besten die wir überhaupt im programm haben denn er hat zum einen einen unglaublich leistungsstarken akku mit rund 50 stunden ich betone das noch mal 50 stunden können sie hier ihre musik ihre podcasts oder eben das hören was sie gerne hören möchten und wir haben eine der modernsten bluetooth varianten die momentan auf dem markt zu finden sind das ist bluetooth 5.3 und bluetooth 5.3 hat pi mal daumen um die 20 bis 30 meter reichweite natürlich brauchen sie eine quelle um die musik abzuspielen die sie gerne hören möchten und dafür eignet sich jedes bluetooth fähige mobile endgerät das kann ein smartphone sein ich behaupte mal das wird auch in den meisten fällen ein smartphone sein wo man über die entsprechenden streaming dienste spotify amazon und wie sie alle heißen natürlich dann seine playlist ganz einfach abspielen kann kabellos legen sie das smartphone beim sport zu hause beim putzen oder beim relaxen ganz einfach auf den tisch und hören sie sich ihre musik ganz einfach in brillanter qualität auf ihrem kopfhörer an das schöne aber ist auch dass sie mit der kostenlosen app die sie sich auf ihr smartphone runterladen können auch gleichzeitig zugang zu einem sogenannten equalizer haben so oder so ähnlich könnte das dann eben auch bei ihnen aussehen weil natürlich das musikempfinden bei jedem menschen etwas anders ausgeprägt ist ich für meinen teil mag ganz gerne auch mal etwas wummernde bässe ich ziehe bei mir also immer ganz gerne mal die bässe etwas höher ist nicht jedermann sache manch einer nimmt die bässe ein bisschen raus ich mag es wenn es so ein bisschen in die magengrube pfeffert wenn ich es ein bisschen lauter habe gerade beim sport finde ich es immer klasse jemand anders liegt vielleicht mehr wert auf den gesang je nachdem was man hört ist aber eine opa ist ein anderes kaliber als heavy metal beispielsweise beim sport das kann man dann entsprechend schön ausbalancieren ganz genau so wie sie es eigentlich wie sie es eigentlich halten möchten das schöne ist wir reden natürlich jetzt hier von geschenk ideen für die männer und ich glaube ich muss ihnen zu hause nicht verraten dass männer auch ganz gerne mal kleine spielkinder sein können deswegen ist dieser kopfhörer ohne weiteres nicht nur mit einer app zu koppeln mit dem smartphone mit dem tablet computer oder auch mal mit einem bluetooth fähigen laptop zum beispiel sie können diesen kopfhörer auch ohne weiteres mit der sprachausgabe ihres sprachassistenten zu hause koppeln beispielsweise alexa ja wenn sie ihn jetzt drauf haben und sagen alexa mehr bass bombs dann knallt ihnen alexa etwas mehr was rein oder du sagst alexa jetzt bitte etwas romantisches berry white zum beispiel dann spielt ihnen alexa dann entsprechend über das smartphone oder bluetooth fähiges mobiles endgerät dann entsprechend ihre lieblingsmusik mit rein finde ich ganz fantastisch was wir hier haben also das ist wirklich mal was ganz besonderes ist unglaublich leicht zu tragen der wicht fast gar nichts lässt sich auf ihre kopfgröße super einstellen ja wenn sie mal mitnehmen möchten zum beispiel zum sport mal in der sporttasche oder mal ins ferienhäuschen oder mal mit in den urlaub dann können sie denn sogar noch sehr schön zusammenklappen kunstleder das heißt butterweich und sie haben auch automatisch dadurch dass hier diese diese empfänger über den ohren sind auch so eine art ja natürliche geräuschunterdrückung manchmal hast du das eben gerade im fitnessstudio zum beispiel hast du viele geräusche da klackert und da kloppert an jeder ecke was natürlich mitunter etwas störend ist bei deiner lieblingsmusik das wird hier mehr oder weniger durch die natürliche bauweise etwas rausgefiltert also ich habe ihn getestet ich bin schlicht und ergreifend begeistert natürlich sind alle bedienelemente auch ganz einfach manuell am kopfhörer einzustellen noch einfacher geht's per blut super klang kann ich nur sagen hier unser smartes over ihr headset hat die bestellnummer zx 34 81 und die 569 schauen sich den preis an gut 25 euro für einen fantastischen kopfhörer wir lieben es alle musik zu hören das ist eine ganz ganz feine art das zu hören hier gerade mit dem equalizer das war unser erstes geschenk unsere erste geschenkidee aber wir haben noch einiges in petto für sie hier kommt eine ganz besondere smart ja vielleicht auch bei ihnen schon mal ein thema wenn sie sich aber mal mit den üblichen verdächtigen auseinandersetzen wissen sie dass man für so eine smartwatch mitunter mal sehr sehr viel geld ausgeben kann ich lege sie mir gerade ums handgelenk damit ich gleich mal so eine die eine oder andere funktion zeigen kann aber was ist im allgemeinen eine smartwatch und sie kennen ein smartphone und ein smartphone ist natürlich in der regel immer dann ganz interessant wenn man die apps und so weiter haben möchte eine smartwatch macht das ganze etwas anders eine smartwatch wird in der regel deswegen ganz gerne gekauft weil sie sehr gut aussieht man sehr leicht die uhrzeit ablesen kann aber diese kleinen geheimnisse in der uhr sind für viele noch interessanter schritt zählen beispielsweise wissen sie wie viele schritte sie so pro tag zurücklegen zum einkaufen oder wie viele schritte sind das wenn sie die treppe hochlaufen beispielsweise oder wenn sie eine runde mit dem hund gehen wissen sie wie viele kalorien sie dabei verbrennen wenn sie wert darauf legen das zu wissen wahrscheinlich nicht unbedingt denn so etwas lässt sich nun mal leider nicht ganz einfach messen diese uhr kann das und zeigt ihnen dann entsprechend auch zuverlässig an wie viele schritte sind sie gegangen wie viele kalorien haben sie entsprechend auch verbraucht das schöne ist die uhr kann noch sehr viel mehr kann natürlich auch noch ihre körpertemperatur messen was wir gerade in pandemie zeiten häufiger schon mal zum thema hatten das ist gerade mal durchlaufen ja muss ganz kleinen moment müsste ich innehalten dann kann man hier natürlich jederzeit die messung unterbrechen das mache ich jetzt mal gerade zeige ich immer weitere funktionen das hier wären beispielsweise die zurückgelegten schritte das alles können sie natürlich auch ganz einfach auf ihrem smartphone dann auch mal in der langzeit beobachtung im blick behalten das hier wäre mal die herzfrequenz der ist jetzt hier bei 92 aber die messung ist noch nicht ganz zu ende das war ganz kurz 68 67 da sind wir jetzt eigentlich schon in einem wirklich adäquaten bereich und selbstverständlich haben sie hier auch noch einen zuverlässigen schlaf überwacher denn so eine uhr wird auch ganz gerne mal im schlaf angelegt super schick gerade dieses chrom durch diesen chromartigen körper da sieht die sehr sehr elegant aus das ist nicht so ein plastik ding weißt du wie viele andere und nochmal der preis hier wir sind deutlich unter 100 euro die kosten ja sonst wirklich viel geld dieses smartwatches ein paar hundert euro kannst du dafür ausgeben das schöne ist dass man bei diesem modell und auch das ist mal wieder so ein kleiner hinweis auf den leichten spieltrieb von erwachsenen männern dass man hier bei diesem modell über 100 verschiedene ziffernblätter nehmen kann und diese ziffernblätter also die smartwatch an sich bleibt auch wunsch auch gerne bis zu 20 minuten an deswegen heißt sie always on smartwatch wenn ihnen dieses ziffernblatt zum beispiel nicht gefällt nehmen sie ein anderes nehmen sie dieses jetzt hier ich habe aber noch eine kleine überraschung für sie ich weiß gar nicht ob diana sich noch daran erinnern kann ich habe vor geraumer zeit mal ein foto von diana gemacht und deswegen möchte ich ihn ganz gerne als auch für die familie anbieten ist pass auf sie können natürlich auch ein bild von ihrer partnerin von ihren kindern zum beispiel von der ganzen familie von ihren leben ihren lieben dementsprechend hinterlegen er redest du dich noch ja das ist sehr sehr lieb und guck mal foto wirklich sehr gut geworden so super qualität stark das display ist der hammer so leicht zu lesen das ist ja manchmal auch so dass sie so kleine displays haben dass man schwierigkeiten hat das überhaupt zu lesen aber sehr sehr leucht stark hier sehr große symbole und zeichen also es ist ein echtes schmuckstück also ich finde die deutlich schicker als diese normalen smartwatches die wir alle kennen die dann eben gerne mal mehrere hundert euro kosten unsere smartwatch mit always on display nicht die kostet 79 euro 79 für sie hier bei pearl tv alles was wir ihnen zeigen ist natürlich ablager lieferbar jetzt ist die zeit geschenke zu kaufen wenn sie es noch nicht gemacht haben ersparen sie sich den stress der woche vor weihnachten mit allen anderen in die stadt zu gehen sie können jetzt ganz bequem vom sofa aus in unserer geschenke tippsendung hier tolle produkte bestellen das war immer noch nicht alles wir haben zwei produkte für sie und jetzt kommt was ganz besonderes wir haben wellness für zu hause ja also das ist zugegebenermaßen nicht nur eine geschenk idee für männer ich behaupte auch frauen freuen sich da sehr drüber weil ich ehrlich gesagt keinen mann und keine frau kenne die nicht irgendwie auf eine schöne angenehme massage steht ich selber habe im letzten oder aber auch mal wieder eine massage genossen nach langer zeit und ich muss sagen da fragt man sich ja immer wieso macht man das eigentlich nicht viel häufiger wieso macht man das nicht jeden tag ich kann dir eine antwort darauf geben aber das sehr teuer ist das war es im urlaub genauso wie bei uns in deutschland in einem massageinstitut weil man eigentlich selten die zeit dafür findet hinzufahren dann muss man bei wind und wetter nach der arbeit in sein auto muss hinfahren wird massiert dann anschließend zieht man sich wieder an am besten noch mit glitschigem öl oder sowas auf dem körper fährt wieder nach hause das ist die entspannung wieder für die katz und deswegen sind diese akku handmassagegeräte unglaublich hoch im kurs bei den männern und bei den frauen gleichermaßen weil sie ihnen die möglichkeit geben eine wirklich angenehme und wohltuende massage immer und überall zu genießen wenn sie das möchten akku hält hier locker mal bis zu fünf stunden man kann also sehr sehr ausdauernd massieren und ich glaube das was diana gerade zeigt ist sehr sehr aussagekräftig sehen sie diese diese leichte leichte wellenbewegung genau das ist das angenehme dabei das lockert dir deine muskulatur auf das lockert die faszien mal durch gerade sportler kennen das wenn du jetzt gelaufen bist hast tennis gespielt oder bist einfach unterwegs gewesen dann tun schon mal ein bisschen die tut schon mal die muskulatur weh manch einer nennt es auch muskelkater da kannst du natürlich jetzt jemand mit einer wohltuenden massage ganz einfach mal deine muskulatur lockern wie gesagt die sportler unter ihnen meine herren bleiben ruhig mal bei dem thema kennen das in der wade ja dass man auch ganz gerne mal einen wadenkrampf bekommt oder eben die oberschenkel zu machen wenn man zu viel sport betrieben hat nackenschmerzen sind mittlerweile auch ein ein volksleiden geworden auch das kann man sicherlich super mal dafür einsetzen und damit das eben auch zielgerichtet funktioniert hat diana jetzt hier einen von sechs aufsätzen gewählt das ist der große das ist der große aufsatz wir haben noch weitere aufsätze mit dabei für unterschiedliche anwendungsbereiche wir hatten ein kleineres gerät gestern mal in der sendung da ging es um eine wohltuende fußmassage oder erinnerst du dich sehr gut das war angenehm das ist diese aufsatz war für fußmassage auch sie können natürlich ihre hände massieren das ist diese diese punktmassage weißt du das musst du in genauen punkt pressen ja und dann wird das wirklich alles besser für mich zeige jetzt mal auf mein sie haben insgesamt verschiedene einstellungsmöglichkeiten sie haben 20 verschiedene stufen je nachdem ob sie es ein bisschen so gut oder gerne ein bisschen härter haben wollen da ist aber genau den punkt getroffen ja daran sieht man dass man mitunter ja dass man mitunter gar nicht in der lage ist das irgendwie nicht extra aber das ist so eine hand hast du schon mal eine handmassage genießen dürfen bei einem professionellen masseur ja aber weißt du was kostet das alles wirklich und ehrlich zu sein du kannst du kriegst massage du zahlst ich weiß nicht 40 50 euro für für halbe stunde und dann gehst du nach hause und bist du zu hause bin du hast schon vergessen was hast du gehabt weil du durch die kälte bist und erstmal parkplatz gesucht das ist die entspannung wieder für die ganz das gerät nehmen sie ganz einfach mit sie bekommen von uns auch eine praktische eine praktische tasche mit dazu das ist so ein kleiner koffer der nicht viel wiegt dabei natürlich platz hat für all die entsprechenden aufsätze da ist der große ball mit dabei der kleine ballen ein aufsatz großartig für die nackenmuskulatur wenn sie ein bisschen schwierigkeit mit der nackenmuskulatur haben das sind breitere aufsätze flachere aufsätze mit dabei und natürlich auch eine umfangreiche beschreibung welcher aufsatz für welchen massagetyp am besten geeignet ist da sehen sie die akku kapazität und die eingestellte intensität dieser bis zu fünf stunden können sie mit diesem gerät fantastisch ausmassieren ist vielleicht auch mal genau das richtige für eine schöne partner massage oder also jeder liebt massagen und du hast es gesagt man muss einen termin machen es kostet viel geld stress irgendwo hinzufahren wieder nach hause zu fahren hier können sie sich jederzeit ganz einfach verwöhnen mit unserem akku handmassagegerät mit den sechs aufsätzen der hat die bestellnummer nx 41 64 und die 569 wirklich eine ganz ganz angenehme sache für jeden hier kann man sich ganz einfach mal entspannen und diese wellness zu hause genießen das ist ja das tolle dass wir hier ein gerät haben mit akku ist also auch nicht kabel gebunden das ewig hält sehr sehr robust natürlich ich glaube es hat noch eine auto an der abschaltung wenn man zu fest drückt also ganz ganz tolles gerät ich habe die auch schon in fitnessstudios gesehen sind ja auch irgendwo ein trend gerade diese handmassage pistolen aber bei uns eben jetzt zum tv sonderpreis nx 61 64 64 und die 569 ist die bestellnummer jetzt haben wir von einer handmassage gesprochen jetzt bringen wir mal von einer ja fast schon körpermassage ja kann man so sagen wir rufen das nächste produkt wieder rein jetzt reden wir mal über einen schönen ja bürochefsessel ein wunderschönes sitzmöbel was wir ihnen jetzt hier gerade anbieten was man vielleicht dann doch eher so aus den chef etagen kennt vom abteilungsleiter vom ceo einer firma und genau das sind sie doch meine herren die sie uns gerade zuschauen zumindest in gedanken denn sie werden sehen welche geschäftsleitung de facto im stuhl platz nehmen wird hat platz genommen ist ein wunderschönes möbel und ich glaube egal was sie machen ob sie jetzt am schreibtisch sitzen und mit dem computer arbeiten ob sie am schreibtisch sitzen und vielleicht auch mal handwerklich tätig sind vielleicht sind sie modellbauer meine herren sprechen speziell mal sie an ist das natürlich eine richtig angenehme geschichte ich finde es für schüler und studenten nahezu unerlässlich einen vernünftigen bürostuhl zu hause zu haben wenn die da stundenlang am schreibtisch sitzen sich die schüler dann eben auf ihre schularbeiten vorbereiten müssen auf die klassenarbeiten wenn die studenten dann hier ihre geschichten machen das ist ganz klar im büro natürlich auch und hier sehen wir mal eine klassische situation die sie wahrscheinlich dann doch häufiger vorkommt an einem klassischen büro schreibtisch wo man natürlich dann entspannt sitzen sollte so entspannung ist eine relative angelegenheit und der stuhl alleine ist schon unglaublich bequem weil er sich natürlich auch auf der höhe und so weiter so einstellen lässt dass er perfekt auf ihre körperform und dimension passt aber dieser stuhl hat natürlich auch noch eine sogenannte vibrationsmassage funktion und während wenn sie schon glauben dass unsere kollegin das hier gerade genießt werden sie gleich bei uns im studio mal diana sehen denn die ist auch mal ganz heiß drauf diese vibrationsmassage zu genießen acht verschiedene programme gerne einstellbar auf unterschiedlichste körperregionen das kann der 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 schulternacken bereich sein das kann der rückenbereich in kombination mit dem unteren rückenbereich sein das ist aber auch ein zusätzlicher bereich für die oberschenkel zum beispiel mit dabei das kennt man wenn man lang gesessen hat ja dann also das gefühl die die blutzufuhr zum 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 bein manchmal so schlägt das bein ein bisschen das ist ein bisschen unangenehm manchmal steht man auf und schüttelt so die gliedmaßen ein bisschen aus hier haben sie diese wohltuende vibrationsmassage ganz einfach die ganze zeit wenn sie das möchten hat eine timer funktion das heißt er würde auch automatisch ausgehen aber sie können auch jederzeit manuell ausschalten und sich dann gleichzeitig eben auch für in eine von drei intensität stufen entscheiden und zwischen acht verschiedenen massage programmen wählen wie sitzt es sich frau generaldirektorin sehr bequem und ich muss sagen ich habe schon alle alle variationen von diesem massage probiert das wirklich so angenehm das ist wirklich drei punkte wo kriegst du massage das ist natürlich wo sie sitzen für pop und beine für rücken und hier für schulter sehr sehr angenehm ich sehe hier wir haben timer funktion das ist wirklich sehr bequem falls sie einschlafen aber dieses ist das kann auch passieren natürlich ja und wir haben hier für acht verschiedene funktionen und dann timer für 15 und 30 minuten ich glaube wirklich pause in solchen sesseln das ist sehr sehr bequem und sehr gemütlich zu haben perfekte sesseln ehrlich zu sein ich würde die geld zahlen nur für sesseln vielleicht noch mehr weil das ist sehr bequem sehr weich und natürlich massage funktionen das ist einfach ein traum wir haben den ablager lieferbar und das auch noch zum tv sonderpreis sie sparen richtig geld wir schauen mal eben auf perl.de was der normalerweise kostet sie sehen das hier knapp 270 euro bei uns unter 200 euro genau jetzt für sie als perl tv zuschauer so ein ja das ist ja ein richtiger chef sessel muss man sagen es ist wichtig dass man wenn man am schreibtisch arbeitet oder sitzt dass man auch ergonomisch richtig sitzt natürlich tun sie das weil das optimal so eingestellt ist für sie dass wir das machen können und sie bekommen dazu noch diese massage funktion ich weiß diese stühle wenn man richtig guten haben will muss man die bestellen das dauert dann immer ein zwei monate das reicht gar nicht mehr für weihnachten wir haben die wirklich ablager lieferbar und versand kostenfrei muss man auch noch mal dazu sagen der kann in wenigen tagen dabei sind bei ihnen sein und haben sie ein tolles tolles geschenk hier also darüber wird sich doch jeder freuen weil jeder muss zwischendurch mal sitzen und arbeiten machen büro arbeiten machen oder sich einfach mal hinsetzen und ja haushalt führen kann ich übrigens auch mal also als 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 gaming stuhl klasse weiß wenn ja natürlich 16 17 jahre die zockt auch ganz gerne mal mit dem computer damit der konsole da sitzt man natürlich auch gerne mal eine stunde oder zwei länger dran da ist es eben wichtig dass man eben bequem sitzt wir sollten solche haben wir eigentlich sollten wir sollten wir sollten wir solche hier auf sendung nicht butterweiches kunstleder sehr schön abgenäht übrigens wie so ein wie so ein baseball naht stil ist das jetzt hier einstellbar mit massagefunktion für den preis eine echte kaufempfehlung also das sollte man vielleicht mal so als antrag mal einreichen nc 49 72 und die 569 ist die bestellnummer für den stuhl wir haben ihnen vier tolle produkte gezeigt der stuhl ist übrigens aus kunstleder ganz einfach zu reinigen wir haben vier tolle produkte gezeigt jetzt liegt an ihnen anzurufen dann brauchen sie über weihnachten weniger sorgen zu machen viel viel spaß jetzt haben wir jetzt